So, da wär ich wieder und wir schauen einfach mal das Pulverfass in komplett und vor allem genommen und zünden es an. Oder auch nicht. Was, das Schießpulver anzünden ist eine schlechte Idee. Es wird ewig dauern, bis das Feuer das Schießpulver durch das Holz hindurch erreicht hat. Ich muss den Korken rausziehen. Was hat denn noch explodiert? Ich muss den Moment irgendwie verzögern. Ein Zinelein. Na, die ist noch im Wimmelbild jetzt nochmal erschienen. Drei Messer, drei Mais und drei Horn. Die Sterne suchen wir diesmal nicht. Messer suchen wir diesmal noch, nur drei Stück. Drei Messer, zwei Mais und zwei Horn. So, jetzt noch ein Messer. Das haben wir. Und noch ein Horn. Horn, Horn, Horn. Ich hab auch ein Horn. Egal, so, was haben wir noch? Zigarre irgendwo drin versteckt. Ja, wahrscheinlich da drin. Ach, Zigarette steht da. Aha. Wir brauchen noch Tabak. Erstmal einen fetten Joint gedreht. So, ein Horn. So, noch ein Einhorn. So, ein Visible Unicorn suchen wir noch. So, Kaffee suchen wir diesmal auch. Korb und ein Schiff. Kopfschmuck. Kopfschmuck. Drei Chameleons. Drei Chameleons. Eine Pythorn. Ein Mörser. Warum ist der Stößel noch mit drin? Und einen Köcher suchen wir auch noch. So, Kopfschmuck und Horn. Hier ist noch ein Horn. Und so ein Kopfschmuck. Nehmen wir den da. Eine Lunte. Bist du eine Lunte? Ne. Nehmen wir das da halt. Ach, und das ist wesentlich weiter weg. Ist doch logisch. Boah, der Ausgang. Das ist ein TV-Wang. Ein Wimmelbild. Und das gucken wir aber leider uns in der nächsten Folge an. Oder habe ich die Scheiße auf den Tempo gar nicht gestellt. Ha! Wird es halt in der Folge länger. So. Am Grund dieses Bunsen ist ein Eimer. Und da ist was drinne. Zack, los. So, gucken wir uns das Wimmelbild hat. Nochmal ein... Huch, was ist da noch rum? Einfach mal blind in der Gegend rumklicken. Oh, ein Lolli. Ein Fernglas. Da haben wir es. Eine Schere. Suchen wir auch noch. Die liegt da. Ein Hocker. Wo müssen wir ein Hocker zusammenbauen. Kochendes Wasser. Das Wasser. Wo soll ich jetzt wissen, dass da Wasser drin war? Da ist wieder eine Pistole. Warum eine Pistole? Ne. Noch nicht zumindest. Urglocke und Hocker. Ach, die Uhr war ja nicht zu übersehen. Huch. Ach, das war die Peitsche. Hier ist jetzt Enterhaken oder sowas angesehen. Das ist ein Benzinkanister. Da hat sich ein Schuh versteckt. Bürste, Würfel, Hocker. Ach, da ist der Hocker. Ein Blatt und Isolierband. Fußabdruck und ein Besensum auch noch. Wer hat denn seine Gabel da rum hingeschmissen? Löffel und drei Sack. Aber ich dachte, wir wären irgendwo bei Pyramiden, nicht hier bei Piraten oder sowas. Gift. Also ich denke, da wo ein Totenkopf drauf ist, ist ein Gift drauf. Ist Gift. Geht zumindest mal von aus. Würfel, Blatt, Isolierband und ein Fußabdruck. Das letzte Blatt am Baum und das drucken wir auch noch ab. Na, wo ist denn die Klebebandrolle? Hier sind die Würfel. Da. Fallensäuble, ich nehme den Schnaps. Willst du ein Fußabdruck? Ja. Und ein Sack noch. So, und das letzte Objekt ist ein Wagenhebergriff. So, haben wir sonst noch was, was wir mitnehmen könnten? Hier eventuell irgendwas. Ne, da brauchen wir irgendwas langes. Gehen wir mal zum TV-Wagen. Ein Starkkabel, na, super. Ui, eine Pfeile. Und der Schlüssel ist verbogen. Yes. Pfeile das Ding einfach weg und dann ist gut. Was soll das denn sein? Die Tür ist offen, aber sie wird versperrt. Ich muss irgendwie, muss sie irgendwie öffnen. Und dann kann ich, was, ich kann den Transporter nicht wegfahren, da er einen Platten hat. Aber ich könnte ihn etwas anheben. Ach, den hat er voll gegen, na, super. Wer war da denn wieder unterwegs? Was ist das denn? Ich muss ja das finden, was darin passt. Okay. Ach, hier ist noch, er ist im Wimmelbild wieder. Okay. Eine Feldflasche, die haben wir hier vorne. Dann drei normale Flaschen. So. Oh, fauliger Apfel haben wir diesmal sogar. Einen Schlüssel dieses Mal auch dabei. Ufer essen auch. Ja. Und eine Motte. Was soll das denn eigentlich sein für Ranken? Da ist ein Nussknacker. Ach so, da müssen wir Nüsse knacken. Um an den Kern der Wahrheit reinzukommen. Wo ist denn das? Ah, hier ist eine Nuss. Das ist sicher, habe ich vorhin gesehen. Hier. Motte, der Benzinkanister. Ach, wir haben hier alles hingeschmissen. Ach so. Den Schuh. Und was auch immer das da war. Igel. Ach so, das war ein plattgefahrener Igel. Ach so. Dreimal Kaktus suchen wir auch noch. Jetzt nur noch zweimal. Bist du auch ein Kaktus da? Nee, der sein kann. Ein weißer Kakteen verstecken sich an den unmöglichsten Orten. Eine Katze suchen wir auch noch. Hast du eine Katze? Nee. Eine Gewehrkugel. Nagel, da ist er. Oh, das muss ja Pixel genau anklicken, das Ding. Bonbon ist wahrscheinlich der Lutscher, am Ende. So, was wollen wir überhaupt noch? Motte, äh... Motte, Gewehrkugel und eine Katze. Motte ist nicht Mutter gemeint, oder verschrieben kann. Also möglich sein. Da-dam, da-dam, da-dam. Hier ist ein Haken. Also wenn ihr die Dinge gefunden habt, müsst ihr schon wesentlich fester mal draufdrücken auf euren Monitor. Sonst sehe ich das nicht. Das war eine Katze? Das war eine Katze? Na gut, da oben ist das Aufnahmezeichen. Von daher konnte ich es sowieso nicht richtig sehen. Oder ist, besser gesagt, bei mir. Bei euch ist das ja hier oben nicht drin. Da ist so ein Shadowplay, dieses, dieser grüne Button und das Mikrofonsymbol daneben. So, immer noch Motte und, äh, Gewehrkugel. Ohne Scheiß, ich sehe die beiden Sachen einfach nicht. So, jetzt wird noch die Mod, äh, haben wir nicht irgendwo Licht, wo wir die Mod hervorlocken können. Das sieht so viel geil aus mit diesen verrankten Bogen hier. Aber wo ist die Motte? Vor allem hier draußen mal eben eine Motte finden. Natürlich. Logisch. Statt sich irgendwas nützlich zu greifen, müssen wir jetzt erstmal eine Motte suchen. Oh, das war sehr schwer zu sehen. Ein Wolfsgütze. Das war ja hart, ey. Passt du hier rein? Nee. Wir haben ja nur eine Kobel für den Wagenheber. Das heißt, wir müssen den Wagenheber erstmal finden. In meiner Zeit, spiel mal hier eine Frau oder einen Mann, weiß ich gar nicht. So, da ist nur das. Da müssen wir auch noch irgendwas tun. Können wir hier noch irgendwas erledigen? Nee, wa? Ach, hier ist ein Wimmelwild. Drei Ringe. Ringlein, Ringlein, du musst wandern. Brauchen wir eine Perle? Nee. So, eine Pistole brauchen wir aber. Wie immer, wir bewaffnen uns, aber wir schmeißen sowieso wieder alles hin. Und weg vor allem. Dreimal Schlüssel, ich hab noch nicht einen gefunden. Doch, da ist einer. So, jetzt haben wir schon mal alle Ringe. Was brauchen wir noch? Pistole und ein Blatt. Und eine Streitkolben. Das ist nur eine Streitkolben. Ah, da ist die Pistole. Ein Blatt. Jetzt hab ich die Motte gefunden. Ah, wir brauchen drei Motten. So, Schwert. Wo ich hier finde, dass es ein Enter-Messer ist. Dreimal optisches Werkzeug. Was? Optisches Werkzeug? Man die lupen, oder was? Die Kaffeemühle brauchen wir jetzt. Jetzt brauchen wir sie auf einmal. Sanduhr. Hier ist das Platz. Hier ist noch ein Schlüssel. Den Salamander hab ich gesehen. Wo ist er da? Ein Block. Ja, da fehlt uns das Segel. Ich hab keine Ahnung, wo das ist. Ist wahrscheinlich beim Segeln davon geflogen. Kompass, warum diesmal nicht? Ein Block. Nee, du bist kein Block. Du bist das Logbuch. Okay. Was ist denn jetzt hier mit Block gemeint? Ach, die Mandoline. Ich hab gar nicht geguckt, was wir noch brauchen. Ein Bierkrug brauchen wir noch. Apropos Bierkrug. Ich müsste ja auch noch, äh, eigentlich rüberrennen und noch Bier kaufen. Heute ist ja schließlich, äh, spielt heute Deutschland. Äh, zweimal Motte. Fußball-WM. So. Gegen, keine Ahnung, wen. Algerien, glaub ich. So, ne Pfeife und zwei Motten, summa auch noch. Eine Motte nur noch. Ich korrigiere mich. Dun, dun, dun. Und da Pärschen, summa auch noch. Da ist die Pärschen. Block, Pfeife, Motte. Eine Pfeifen, Motte. Eine Pfeifende, Motte. Ah, ich glaub, Block ist falsch übersetzt. Das war, glaub ich, irgendwas anderes. Hier ist noch eine Motte. Ne, das ist eine Fliege. Wehe, das ist jetzt eine Motte. Block, das ist irgendwas anderes. Das ist jedenfalls kein Schreibblock oder ein Holzblock oder uns sowas. Das ist sowas anderes. Ah, Flaschenzug. Und wird ja auch Block genannt. Ein Dolch. Können wir das mal durchschneiden? Ne, aber wegfeilen können wir's garantiert. So, darf ich mir das jetzt nehmen? Ja. Hurra, wir haben ein Messer. Aber was wir jetzt damit alles machen können, gucken wir uns beim nächsten Mal an. Tschüss. Tschüss.